hallo leute und herzlich willkommen heute spielen wir mal den fly simulator 3 keine ahnung was ich hier machen ich hab jetzt so hallo willkommen bei 1 geht den check in schalter um sein okay also hier müssen der check in wer für sie unsere soll ich das hier rein machen oder was ich habe ja schon gewonnen das kostet okay ich will hier raus ich habe keine ahnung das hier gehen soll irgendwo muss ich jetzt diese karte hin tun ich guck mal kurz nach hier oben hier willkommen werfen sie einen bringen ja schön interessiert nicht das heißt sie müsste jetzt rein theoretisch ihre schritt noch hier hier okay okay zum sammeln hier klicken ja mach ich doch ich drücke gut dann gehe ich halt ohne muss ich hierhin ne ich muss da auf der mannseite jetzt müssten wir glaube ich warten egal ja jetzt heißt es warten dann können wir irgendwohin fliegen man soll hier weg alle pflanzen alle pflanzen okay ja das habe ich auch wenn ich meine anderen beiden dinger nicht mit habe egal also das ist jetzt aber kein flugzeug warum heißt es simulator drei also laden team auswählen kapitän officer okay das kostet die tue ist jetzt wieder zu jetzt haben wir das ist nice als fährt man glaube ich zu so einem flughafen oder das ist das hier das ist ein bug von roblox jetzt ist er stehen geliehen perfekt okay aha ah sind wir ja auch einmal hier so jetzt muss ich in irgendein flugzeug nur weiß nicht in welchen ich schätze mal der gesteht achso das ist eine wip-launch tor geschossen warte im lobby für okay das ist das aber nicht das ist es nicht das hier ist es dann wahrscheinlich gucken wir doch einmal mal das ist vip g1 hallo willkommen keine ahnung ob das das ist schätze aber mein ja weil hier gibt es nun diese beiden man kann auch irgendwie man kann auch irgendwie wie heißt es so irgendwie weiß ich jetzt nicht ganz was die gehen jetzt hier alle hin die hat sich jetzt eingesetzt okay die die das ist das ist das ist Keine Ahnung Keine Ahnung Keine Ahnung Ja ich habe keine Ahnung Das ist halt ein bisschen blöd hier Da ist die Tür auch zu Ach hier kann man nur hoch Ja das ist scheiße jetzt Ja halt die Ja Leute ich kann leider nichts machen Weil hier nichts mehr beginnt Ich würde sagen das wars mit dem Video Wenn es euch gefallen hat dann lasst mal ein Like und ein Abo und ein Kommentar da Auch wenn jetzt hier nichts passiert ist Fragt mich warum das jetzt die ganze Zeit nichts macht Ich hoffe ihr habt noch einen schönen Tag Haut rein Leute euer Standort Ciao Ciao